Willkommen bei TWP-Mailer Würde ich sagen Versteht man mich? Ich Liste gehen Wie immer klar ist, damit du mich verstehst oder nicht Gehts gleich Anschluss weiter Gar nicht schlafen, das ist okay jetzt nach der Runde Weil wir scheiße waren Was ist das? 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 Nicht schlecht, hm? Langsam hab ich genug. Nicht schlecht, hm? Nicht schlecht, hm? ganz schön stessig hier noch wer weg Das Tier ist also geschaut, jeder. Sorry, keine Absicht. Jetzt hältst du dich wohl. Da kommen wir gerade her, oder? Ist nicht das richtig? Ja, ich glaube, da kommen wir gerade her. Da kommen wir gerade her. 14 weiter mit der Pistole, die sehr effektiv ist und dann schon wieder Da ist er Da sind scheiße zu viel Da ist er Ich weiß nicht, dass du da bist Was ist das? Was ist das? Das ist ein Wettbewerb. weg aus dem weg aus dem weg macht es erst die eier her er 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 Ich brauche aber drei Stück von diesem blauen. Oh, jetzt segeln wir ihn, wer sind die? Ballal-Munition. Ach, habe ich dich übersehen? Wenn du zu mir kommst, die Fahrung frei aus. So, drei Worte. Ah, ich weiß, was jetzt kommt, das ist ja böse. Gar kein Bock. Kommt der später, jetzt oder später? Oh Mann. Echt? Na, das ist doch schon mal was. Das ist doch was. Ah, er ist ja noch. Das ist doch noch. Schlange? Okay. Räune. Zwei Stück brauche ich noch. Räune. 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 Was bleibt her wohl? Ja. Ja, das war's. 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 Ich bin der Mann, das war's. Ich bin der Mann, das war's. Ich bin der Mann, das war's. Ja, das war's. Ich bin der Mann, das war's. Ich bin der Mann, das war's. Ich bin der Mann, das war's. Ja, das war's. Das war's. Aber nicht in die Hosea. Nein, die machen das jetzt nicht. Ich werde fischy, fischy. Ich werde fisch, fisch, fisch. Ich werde 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 fisch. Ich werde fisch, 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 fisch, fisch. Ich werde fisch, fisch. Ich werde fisch, fisch. Ich werde fisch, fisch. Ich werde fisch, 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 fisch. Und weiter geht's, fisch, fisch. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ich werde fisch, fisch. Und über 40 Schuss. 40 Schuss sogar. Ich werde fisch. Ich werde fisch, fisch. Was ist das? Ja. 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 Get up south. Sure. Get up south. Echt jetzt? Was zum Teufel? Was zum Teufel kommen? Ja, nehmen wir vorstette. Hier ist so größer ein Komfortraketenwürfel. Das ist eine Theorie. Was ist das hier? Eine Art Kultstätte. Das Symbol von der Kirche. Ah, fuck it, was ist das da kommt? Wir sind auf der Scheiße. Das ist der See. Ah ja, stimmt. Da könnte ich halt hingeleißen. Dann musst du in der Mitte von sich fahren. Das ist die neue Waffe. Und den Schatzschlüssel. Wir sind auf der Schattel. Hast du das hier einfach nicht? Ach, das ist das hier einfach nicht. Aber das ist die neue Waffe. Oh, was ist das? Was ist das hier? Ist das hier noch mal gut? Gut. Wichtig. Das war's für heute. Wo ist der Händler? Ah, der ist sogar da, ich muss zurück. Ach, Platz. Was ist das, meine Kumpel? Hab neue Waren. Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Nicht schlecht. Gut gemacht, Fremder. Hab auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können. Verachtliche Größe. Aber Größe ist ja bekanntlich nicht alles, nicht wahr? Oh, Lockenwerfer. Aber wir spielen nochmal. Das ist, was ich derzeit habe. Er ist wichtig. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Oh, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht eine interessante Wahl. Äh, also ich meine das natürlich positiv. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Haha, gute Instinkte, Fremder. Hab auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können. Kann ich sonst? Stirb mir. Da. Außen nicht mitbekommen. Ein hervorragender Deal. Willkommen jederzeit wieder. Was ist das? 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 Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Ich kaufe Feuer. Damit kann ich definitiv was anfangen. Both Discover, Fremder. S klatsch, Fremder. Zwiebel. And core, sch professionellen. Meckere Feuerplattform – oderonton zwei! Cansom Gratze. Platz. Platz. Platz! Platz. Platz Platz! Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Das war's, das war's. Das war's. Wer könnte denn jetzt drunter fahren? So ein theoretisch. Nachläufig, ich bin so verstruggt. Ich denke, das wird so viel passieren. Ich denke, das wird so viel passieren. Oh shit! So, den ziehen wir aber schon mal. Wurde ich mir jetzt hier, oder? Na, oder nur noch zum Händler? Nächstes Mal, dass man nicht ganz schützt und abformt. Würde ich mal sagen. Alles Wichtigste ist schon mal, den Schlüssel. Wollen wir so ein Schütze in der nächsten Folge. Hätte ich jetzt gesagt. Ich hab Neues. Willkommen. Ich hab was Neues für dich, Partner. Nicht schlecht. Ein hervorragender Deal. Besten Dank. Wollen wir so auflegen. Ich kann Rocket Lounge und den Zorn. Nicht schlecht. Meine Freude mit dir Geschäfte zu machen. Jetzt. Danke. Hab auch. Witz. Jetzt wird's eigentlich. In dir knapp. Das ist vom Platz hier. Das bekommst du erst, wenn du Platz dafür hast. Shit. Ja, dann machen wir was. Was? Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ich glaube nicht, das ist hier die Frage. Hm? Lass machen. Ja. Ein hervorragender Deal. Wo soll das noch hin? Deine Hosentasche. Da wird kaum jeder... Deine Hosentasche. In das. In das. In das. In das. In das. Willkommen. Ich will ja nichts sagen, aber manchmal sind die Dinge interessanter, wenn alle die gleichen Chancen haben, findest du nicht? Geh sorgfältig damit um, stirb mir da draußen nicht weg, haha! So geht doch. Okay, hier kommt das hier nochmal sehr richtig in Schwestern. Oh! Das ist mir, glaube ich, auch nicht. Schon bin ich für den Ex-Post vorbereitet. Das geht jetzt mal. Jetzt schon 20 Uhr gespart, okay. Ja, dann bin ich für heute mal ins Film. Ich habe jetzt heute insgesamt vier Folgen aufgenommen. Kapitel 1, 2. Jetzt noch 3. Und jetzt bin ich beim 4. Ich weiß nicht, ob ich danach noch... Kapitel 3... Was kann man für eine Hütte sein? Vorher kommt noch der Troll. Und irgendwas, was ich noch vergessen habe. Wir machen dann nächste Folge in die Schutzfolge. Wir brauchen gedüngt, nicht? Ach so, muss doch die Rhein-Plein da aufzufüllen sein. Ich dachte, die war in der Mitte. Also dann bis zum nächsten Mal. Fuck. Danke. Danke. Danke.